Ich bin Katharina und ich gehe hier aufs GAP in die 11. Klasse und in den letzten Wochen sind wir dazu ausgebildet worden durch diese Ausstellung zu begleiten. In dieser Ausstellung geht es um das Thema Was glaubst du denn Muslime in Deutschland und wir versuchen mit Vorurteilen gegenüber Muslimen aufzuräumen. Es gibt verschiedene Stationen, wir arbeiten mit Comics, wir arbeiten mit verschiedenen Porträts von Personen, die sich hier extra vorgestellt haben. Es gibt Videos, die allgemein etwas dazu erklären, wie Muslime in Deutschland leben und noch eine Geschichtswand, bei der verschiedene Ereignisse der letzten 25 Jahre dargestellt werden und bei denen wir versuchen, die Bedeutung dieser Ereignisse darzustellen. Hallo, ich bin Manshari Dugiswaran, ich bin 17 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse vom GAP. Ich gehöre zu den Peers, also wir sind Peerguides. Die Aufgabe eines Peerguides ist, dass wir durch die Ausstellung begleiten, also nicht führen, sondern wir wollen die einfach mitnehmen auf diese kleine Reise.